Wenn du willst, können wir gern was anderes machen. Warum? Ich find's hier schön. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Blinder in einem Kino besonders viel Spaß hat. Brian, blinde Menschen gehen andauernd ins Kino. Wir hören einfach zu. Ich bin zwar blind, aber mein Gehirn ist in der Lage, das, was ich höre, in ein perfektes Bild in meinem Kopf umzuwandeln. Ich liebe zum Beispiel Titanic. Ich bin der König der Welt! Wuhu!